Es war einmal ein Mönch, der lebte ein friedliches, ruhiges und einfaches Leben. Eines Tages ging er am Fluss spazieren, als er einen Frosch entdeckte. Zu seiner Überraschung hüpfte dieser auf ihn zu und begann zu sprechen. In Wirklichkeit bin ich eine verwunschene Prinzessin. Wenn du mich küsst, werde ich wieder ein Mensch und aus Dankbarkeit für meine Erlösung werde ich dich heiraten und einen reichen Prinzen aus dir machen. Ich werde bis zum Ende unseres Lebens nie wieder von deiner Seite weichen. Der Mönch überlegte einen Moment. Er hob den Frosch auf und setzte ihn vorsichtig in seine Tasche. Hey, empörte sich der Frosch. Willst du mich nicht küssen? Was ist mit all den Dingen, die ich dir verspreche? Der Mönch wiegte seinen Kopf, schaute den Frosch ruhig an und antwortete Nun, nachdem ich alle Vor- und Nachteile besonnen gegeneinander abgewogen habe, kam ich zu dem Schluss, dass ich doch lieber einen sprechenden Frosch hätte. Aloha aus der Burnout Coaching, wir lieben Ideenschmiede. Schön, dass du wieder hier bist, um meinen Podcast Burnout von der Leichtigkeit des Seins zu lauschen. Mann, 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 Achim. Die letzten beiden Folgen hatten es ganz schön in sich. Im Feedback von euch, liebe Hörer, hieß es, die eigene Kindheit sei bei einigen wie im Film wo ihren Augen abgelaufen, während sie so zuhörten. Die Erkenntnis, was genau oder dass vielleicht viel mehr in der eigenen Kindheit schiefgelaufen ist oder auch, dass dies viel größere Auswirkungen auf dein Erwachsenenleben hatte als bisher angenommen, war ziemlich herb. Du erfährst jetzt von mir, wie ich mit dieser Erkenntnis damals umgegangen bin und welches Tool aus meinen Coachings dir dabei helfen wird, aus diesen alten, ungesunden Rollen auszusteigen, die deine Eltern dir vorgelebt haben und dich in neue, gesündere Verhaltensmuster umzugewöhnen. Denn das ist ja der Wunsch von den meisten, die vom Burnout betroffen sind und ja aber auch gar nicht so einfach und doch so entscheidend für deinen Weg in ein relaxteres, angstfreies Leben in fast vollkommene Zufriedenheit. Achtung! Solltest du ganz neu im Burnout-Coaching-Berlin-Universum sein und heute zum ersten Mal reinhören, empfehle ich dir, den Podcast bei Folge 1 zu beginnen, da alle Staffeln aufeinander aufbauen oder zumindest die beiden Vorgängerfolgen zu dieser Folge zu hören. Denn jetzt gibt es quasi eine Episode für Fortgeschrittene. It's Pro-Time! Die du vor allem dann maximal für dich nutzen kannst, wenn du schon etwas in der Burnout von der Leichtigkeit des Seinsmaterie stehst, sozusagen. In den letzten beiden Episoden habe ich ja gesagt, dass wir die Muster unserer Eltern inklusive Blick und Verhältnis zu der Welt, in der wir leben, frühzeitig in die Wiege gelegt und unsere ganze Kindheit lang immer und immer wieder vorgelebt und selbst im Erwachsenenalter immer wieder bestätigt bekommen. Und dass das manchmal eher hinderlich als hilfreich ist und uns im schlimmsten Fall darin ausbremsen kann, unser Potenzial auf allen Ebenen voll zu entfalten. Hast du dich, so wie viele andere Hörer auch, nach den letzten beiden Folgen gefragt? Was hätte ich anders gemacht, anders entschieden? Wohin hätte mich das Leben gezogen? Wo wäre ich heute? Hätte ich mich sicherer, angenommener etc. gefühlt, als ich noch an der Startlinie meines Lebens stand? Ich selbst bin aufgewachsen mit unheimlich vielen Erwartungen von außen. Sätze wie Jetzt schau mal, der Erik macht die gleiche Aufgabe wie du so viel besser oder Was sollen die anderen von dir denken? Oder Hör auf zu weinen, die Leute gucken schon ganz komisch. Die Erfüllung von fast jedem meiner Wünsche war an Bedingungen geknüpft, wie besseres Benehmen, bessere Noten. Und nach meinem Burnout im Alter von nur 20 Jahren zog ich dann in eine große Wohngemeinschaft nach Berlin, um neu anzufangen. In der viele exzentrische Künstler aus aller Welt lebten. Die kamen aus Brasilien, Mexiko, der Schweiz und so weiter. Und sie führten ein äußerst unkonventionelles Leben, was von meiner damaligen Vorstellung, wie das Leben sein muss, nicht weiter hätte entfernt sein können. Sie arbeiteten teilweise bis in die frühen Morgenstunden und verdienten so ihr Geld. Oder sie feierten bis in die frühen Morgenstunden. Oder manchmal gingen sie früh schlafen. Und wenn ich dann morgens um 8 Uhr in die Küche kam, stand dort so ein riesiger Topf mit Fleischsuppe, welcher schon seit einiger Zeit vor sich hin köchelte. Und abgesehen davon sangen und tanzten sie viel. Ja, und ab und zu verschlief einer oder verpasste einen wichtigen Termin und dann wurde trotzdem gelacht und erst mal Kaffee getrunken. Und offensichtlich machte jeder einfach, wonach ihm gerade war. Manchmal habe ich echt gedacht, ich flippe aus. Meistens stand ich jedoch nur da und staunte Bauklötze. Ich meine, wie kannst du denn in einem Land wie Deutschland, wo so viel Wert darauf gelegt wird, dass man sich bloß nicht von der Masse abhebt und auffällt, damit man anerkannt ist. Wo einfach nur die Tatsache, dass du sagen kannst, ich habe einen unbefristeten Vollzeitvertrag, für ein zufriedenes Umfeld und Anerkennung sorgt. Wie bitteschön konnten die so aus der Art fallen und trotzdem ein offenbar leichtfüßiges und befreites, glückliches Leben führen? Also für mich war es echt immer so, nach dem Motto, ich habe gerade aus Versehen den Termin fürs Ummelden meines Wohnsitzes auf dem Bürgeramt verpasst und deshalb fast einen Herzinfarkt bekommen und du hast gerade deinen Flug zu deiner eigenen Ausstellungseröffnung verschlafen, aber sitzt hier gechillt mit deiner Kaffeetasse und wünschst mir strahlend einen guten Morgen? Dein Ernst? Und während du als alter Burnout von der Leichtigkeit des Seinshase dich vielleicht gerade fragst, ob oder warum ich diesen Teil meiner Geschichte noch mal erzähle, immerhin kennst du den ja schon aus der ersten Staffel, haben wieder andere Hörer mich angeschrieben nach diesem ersten Beitrag und gefragt, wie das denn aber möglich war, dass meine neuen Freunde so ganz anders mit ihrem Scheitern und den täglichen Challenges des Lebens umgingen als ich und ob das dann auch wieder so ein Prägungsding gewesen ist. Meine lieben, aufmerksamsten und schlauesten Hörer auf der ganzen Podcast-Welt, ihr habt natürlich recht. Ganz genau so ist es. Und es stimmt, ich greife diese Geschichte noch mal auf. Denn das Zusammensein mit dieser bunten Truppe verschaffte mir eine einzigartige Chance, aus der sich später ein ganzes Coaching-Tool entwickelte. Nämlich haargenau mitzuerleben und verfolgen zu können, wie und dass es auch anders geht, als all die Muster und Vorstellungen und sehr negativen Bewertungen, die ich aus meiner Kindheit und von meinen Bezugspersonen mitgenommen hatte. Eine Alternative zu haben, war mega wichtig für mich. Denn damals, nach einigen Monaten Psychotherapie, war es, als ob sich so ein schwerer Vorhang gehoben hatte. Das hört sich cool an, war aber eigentlich super ungeil. Ich musste schmerzlich anerkennen, dass fast alle meine Muster und fast alle Annahmen über unsere Welt und über mich selber und dieses Leben, die ich in meiner Kindheit vorgelebt bekommen und übernommen hatte, extrem ungesund und negativ waren. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie viel zu einseitig und am Ende nicht mal korrekt waren, war riesig. Ich hatte alles so klar gesehen auf einmal und ich hatte keine Ahnung, wo ich anfangen sollte, das alles aufzulösen. Es war fast wie ein Netz, was viel zu verwoben war, um es einzeln an den Knotenpunkten zu entwirren, um sich dann zu noch tieferen Knotenpunkten durchzubursteln. Ich war so frustriert mit all der Arbeit, die ich vor mir sah, dass ich aufgab. So nach dem Motto, dann lösche ich jetzt einfach die ganze Datei und mache es lieber nochmal komplett neu. Ich beschloss, all das, was ich unbewusst übernommen hatte und für mich als so ungesund einschätzte, fallen zu lassen und startete das größte Experiment meines bisherigen Daseins. Nämlich alles und ich meine wirklich alles nochmal neu zu probieren, neu zu beobachten und so zu tun, als ob ich nicht wüsste, wie Arbeit ist, wie eine Mutter ist, wie ein Partner ist. Du weißt schon aus den anderen Folgen, was ich meine. Ich warf sozusagen alle Kisten aus dem Unterbewusstseinsregal und startete in mein neues Leben in Berlin mit einer völlig neuen Annahme über alles, was da draußen auf mich wartete. Nämlich der, mit der wir eigentlich geboren werden. Das ist ein schönen Platz für mich geben wird. Dass andere Menschen mir wohlwollend und freundlich gesinnt sind, selbst wenn wir uns gar nicht kennen. Dass ich nach Hilfe fragen darf. Dass ich Zeit habe. Dass mir Fehler gerne verziehen werden. Dass ich unbeschwert sein darf. Dass ich darauf vertrauen kann, dass dieses Universum mich glücklich sehen will. Ich wollte testen, ob sich mein Lebensgefühl wirklich so sehr verändern würde, nur indem meine Annahmen darüber, wie die Welt glücklich ist, sich änderten. Ich drückte also die Lösch-Taste sozusagen und begann, mein Verhalten danach auszurichten und beobachtete, was tatsächlich passierte, wenn ich das tat. Mit meiner Arbeit, den Vorgesetzten, die ich damals hatte, den Behörden, meinem Vermieter, meinem Partner und so weiter. Ja, was soll ich dir sagen? Es war hart. Das Gefühl, was sich aber nach und nach immer mehr einstellte, war der Hammer. Und ja, wo ich heute stehe, weißt du, viele Jahre später nutzte ich diese Erfahrung und fing an, sie in meiner Arbeit als Burnout-Coach mit anderen psychologischen Strategien zu kombinieren. Und hier an dieser Stelle kommt dann mein bunter WG-Haufen von vorhin wieder ins Spiel, ohne den ich diese Inspirationen vielleicht so gar nicht gehabt hätte. Also, let's talk about die Idol-Strategie. Die Idol-Strategie besteht aus nur zwei Schritten. Und ich glaube, es wird dir relativ leicht fallen, diese beiden Schritte zu verinnerlichen. Schritt Nummer eins. Wenn du dich in einer Situation wiederfindest, in der erlernte Ängste in dir hochsteigen oder Pessimismus oder Ärger oder was auch immer, was du eigentlich in deiner Sicht auf die Dinge gar nicht haben willst. Frag dich, welcher Teil spricht, denkt, bewertet, handelt gerade. Wir haben die Hoffnungen, Ängste, Erwartungen, Bewertungen, die Idee davon, wie diese Welt tickt, von unseren Eltern übernommen und in unsere Persönlichkeit integriert. So formulieren es die Psychologen und das ist wohl tatsächlich erst mal so bitter, wie es sich anhört. Das Gute daran ist, dass unser Unterbewusstsein die Kisten, in denen es all das aufbewahrt, sehr gut beschriftet hat. Es erinnert sich also tief drin noch ganz genau daran, dass die Idee, wie unsere Welt da draußen ist, nicht von ihm stammt, auch wenn es uns gern das Gegenteil versucht zu verkaufen. Und es weiß von jeder Einzelnen unserer Annahmen über die Welt auch ganz genau, von wem das Original ist. Und diesen Umstand kannst du dir zunutze machen, immer dann, wenn du merkst, dass du in bestimmten Situationen nicht aus deiner Haut kannst oder wenn du dich im Nachhinein über deine eigene Reaktion oder dein Handeln ärgerst, weil du dich etwas schon wieder nicht getraut hast oder zu schnell wütend geworden bist oder was auch immer. Welcher Teil spricht, denkt, bewertet oder handelt gerade? Gemeint ist damit, frag dich einfach, welche Person aus deiner Kindheit jetzt hier gerade aus dir gesprochen oder gehandelt hat oder ängstlich oder negativ ist und so weiter. Und hundertprozentig wird dir superschnell in zehntel Sekunden eine Person durch den Kopf gehen, die genauso jetzt gehandelt hätte wie du oder denken würde wie du. Und du wirst staunen, wie sehr dir das die Möglichkeit verschafft, die Dinge plötzlich neutral und ohne diese Prägung zu betrachten und dementsprechend auch neu zu bewerten. Und du wirst erstaunt sein, wie viel leichter es dir danach fallen wird, anders zu handeln oder zu reagieren, als du es gewohnt bist. vor allem wenn du dir auch noch meinen heißgeliebten zweiten Schritt hinzuziehst. Nachdem du das Original, die Person, die deine Sicht und Reaktion auf diese Art von Situation geprägt hat, enttarnt hast, frag dich, wer würde aus meiner Sicht wahrscheinlich angstfreier, vorurteilsfreier, sanfter, eben einfach ein bisschen besser mit dieser Situation umgehen. Und wenn du dir jemanden ausgesucht hast, frag dich als nächstes, was vermute ich, was diese Person sagen, beziehungsweise wie sie diese Situation bewerten oder behandeln würde. Und dann atme tief ein, Augen zu und durch. probier es aus. Probier so zu handeln, wie das Idol, die Person, von der du denkst, dass sie diese Situation gesünder handeln würde, als die Person, von der du unbewusst als Kind dein Verhalten oder deine Bewertung dieser Situation übernommen hast. übelst viel Überwindung kostet. Das kalte Wasser wartet auf dich, aber dazu komme ich gleich noch. Nach dem Mantra der Woche, in dem es heute zum ersten Mal eine Lücke gibt, in die du den Namen einsetzen kannst, der dahin passt. In meinem Fall war das oft der eine oder andere meiner Mitbewohner. Du kannst dir aber auch weniger nahe Idole suchen, wie deinen Chef oder einen Politiker oder eine Schauspielerin, eine Romanfigur, was immer dir in den Sinn kommt. Und ich weiß, es ist ein kleiner Teufel, aber an dieser Stelle vertraue deinem Unterbewusstsein. Das hat sich irgendwann dazu entschieden, auf deine Eltern zu hören, um ihre Realität zu übernehmen. Trotzdem hat dieses kleine Schlitzohr andere Menschen, vor allem die, die anders als deine Eltern waren, ganz genau beobachtet. Just in case. Man kann ja schließlich nie wissen, ob man es nicht doch später nochmal brauchen kann und kann daher auch eine Vorstellung entwickeln, was jemand mit einer anderen Prägung eventuell anders machen würde. Du musst dein Unterbewusstsein nur zu diesem Gedankengang auffordern. Den Rest der Arbeit macht es für dich. Und deswegen lautet das Mantra der Woche mit Lücke. Was würde ... Name des Idols jetzt tun? Warum dein Burnout so lange dauert und warum es manchmal so schwer ist, sich aus alten Mustern zu lösen und neue zu etablieren, hast du schon ansatzweise in Staffel 1 Folge 8 gehört. Und ich möchte dir heute Folgendes abschließend ans Herz legen. Sich mit der großen, weiten und heutzutage unheimlich komplexen Welt auseinander zu setzen und das Bild, welches du von ihr und den Menschen auf ihr hast, zu überprüfen und vielleicht von Grund auf noch mal zu hinterfragen und neu zu denken und dann auch noch umzusetzen, ist wirklich nicht leicht und erfordert sehr viel Zeit und Geduld mit dir selber. Bedenke, dass dein Unterbewusstsein die Art deiner Eltern zu leben, zu denken, zu werten, zu handeln, als die einzig richtige Überlebensstrategie in sich verankert hat. Es hat jeden Satz, jedes Erlebnis durch ihren von dir übernommenen Filter gejagt und sie dadurch auch noch immer und immer wieder fälschlicherweise bestätigt. Jedes Mal, wenn du deine alten Muster durchschaust und stattdessen ein neues ausprobieren willst, wirst du eine unheimlich laute innere Alarmsirene hören. Dein Unterbewusstsein vermutet Lebensgefahr, wenn du nicht das tust, was dir dein Leben lang als die sichere und einzig richtige Lösung verkauft wurde. Und so kommt es, dass du dir manche Situationen anschauen, eigentlich die gesündere, neue Entscheidungs- oder Handlungsalternative erkennen und trotzdem nach deinem alten, ungesunden, gewohnten Muster reagieren wirst. Chill, ärgere dich nicht, du machst trotzdem Fortschritte. Jede Reise beginnt bekanntlich mit dem ersten Schritt. In diesem Fall ist es das Erkennen, indem dir manchmal vielleicht sogar erst im Nachhinein auffällt, dass das eigentlich wieder so eine klassische Situation war, dass du der Panik deines Unterbewusstseins auf den Leim gegangen bist und wieder nach diesen alten Mustern gehandelt hast, machst du diesen ersten Schritt. Denn dieser erste Schritt beginnt im Kopf, beim Durchspielen dieser Situation und mit der Überlegung, dass du es hättest anders machen können. Und dem Gedankenspiel, wie du es hättest anders machen können. Gib mir einen kleinen Vertrauensvorschuss. Der Tag, an dem dir das direkt in der Situation auffällt und nicht erst danach, wird kommen. Das verspreche ich dir. Und auch der Tag, an dem dir das dann direkt in der Situation auffällt und du dich tatsächlich überwindest und dich traust, es anders zu machen, wird kommen. Die Erleichterung und die Begeisterung über diese neue Erfahrung wird sich einprägen. Das ist das, wofür es sich am Ende lohnt. Dieses Gefühl, das erste Mal aus seiner Haut ausgestiegen zu sein, neu oder gesünder reagiert zu haben und zu sehen, dass es funktioniert und diese erste leise Ahnung zu haben, dass diese Welt vielleicht noch so viel mehr bereithält, als du vielleicht dir zu hoffen gewagt hättest. Und das nächste Mal danach wird es dich noch ein bisschen weniger Überwindung kosten, da dein Unterbewusstsein schon weiß, dass es ja schon mal so funktioniert hat, das anders reagieren. Du wirst sicherer werden in der Anwendung deiner neuen Denk-, Bewertungs- und Verhaltensmuster und irgendwann werden sie ganz natürlich und ohne großes Denken oder Anstrengungen passieren. Und dann heißt es Willkommen im Leben deiner Wahl. Wenn du mich und meinen Podcast unterstützen möchtest, schreib mir gerne eine schöne Bewertung und hinterlass mir fünf Sterne genau dort, wo du meinen Podcast gerade hörst. Ich freue mich immer so mega über die lieben, lieben, lieben Worte, die ich inzwischen auf so vielen Plattformen lesen konnte. Ja, mir geht jedes Mal das Herz auf. Also an dieser Stelle auch nochmal wirklich danke, danke, danke. Ihr seid die besten Hörer, die man sich wünschen kann. Kommt gut durch den Schnee und bis übernächste Woche. Ich freue mich. Deine oder eure Susi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.